Was habe ich? Habt ihr schon Möbel gekauft? Ja, ja, das ging natürlich alles viel länger als gedacht. Ich bin jetzt endlich im Auto nach Mannheim, ein bisschen zu spät. Aber was soll's, es ist Freitag, der 14. Februar 2014, kurz nach zwei. Und ich bin mit Frank Zumbruch unterwegs nach Mannheim. Klausiges Wetter, später wird es auch noch regnen, aber das macht uns nichts aus und ist auch egal. Denn unser Ziel ist ein öffentliches Kolloquium über die Masterarbeit von Ulrich Sein-Westner mit dem Titel Created in MRN. Metropolisten haben es längst erkannt, wir sind inzwischen in der Stadt der Quadrate, ausgewiesene Musikhochburg und immer noch eine der bedeutendsten Binnenhäfen Europas. Wenn da ein Restaurant ist, ich glaube ja, also gegenüber von der Feuerwache ist nicht zu verfehlen. Und deswegen ist in Mannheim alles ein wenig mehr XXL. Und es sieht so aus, als würden sich hier nicht nur die Skater ein wenig mehr trauen. Raus aus dem Auto, schnell mal guten Tag gesagt und dann ab ins Einraumhaus, wo das Kolloquium und die anschließende Werkschau stattfinden. Und während wir uns dort umschauen, nochmal ein Blick auf das Thema des Tages. MRN steht für Metropolregion Rhein-Neckar und verbindet die Städte Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen und eine Reihe weiterer Gemeinden. Es gibt rund ein Dutzend Metropolregionen in Deutschland, die, so heißt es offiziell, eine belastbare Plattform für die Zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissenschaft, Kommunen und Land für eine Gebietskulisse bieten, die weniger die administrativen Grenzen und mehr die vorhandenen Wirtschaftsverflechtungen darstellt. Das klingt alles ziemlich technokratisch und ist in den Köpfen und Herzen der Kurpfälzer noch längst nicht angekommen. Ein Kunstbegriff eben. Und deswegen nehmen sich seit einiger Zeit regionale Künstler und Kreative der Sache an, um sie mit Leben zu erfüllen. Und das mit beträchtlichem Erfolg. Ob Nordwind Visuals mit ihrem großartigen Film über die Metropolregion oder Ulrich Westner mit seinem genialen Branding und der gleichnamigen Buchedition, es sieht so aus, als hätte die hiesige Kreativwirtschaft in wenigen Monaten mehr für die Metropolregion erreicht, als die Kampagnen der letzten Jahre. Und deswegen, liebe Großkonzerne und Mittelständler, investieren Sie in die regionale Kreativwirtschaft. Investieren Sie in Created in MRN.